Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Als Tageslosung hören wir heute ein kurzes, aber ziemlich verzweifeltes Gebet aus Psalm 41, Vers 5. Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Gebet in Krankheit ist der Psalm 41 überschrieben. Hier betet einer, der krank im Bett liegt. Seine Krankheit muss schwer sein, eine lebensbedrohliche Krankheit. Menschen, die ihn nicht mögen, fragen schon, wann wird er sterben? Selbst sein Freund, dem er vertraut hat, tritt ihn mit Füßen, so klagt er. Was für eine traurige, schlimme Erfahrung. Und doch leider die Erfahrung vieler Menschen, die erkranken, die schwer erkranken. Wer hält noch zu mir? Wer hält das aus, mit mir zusammen? Die Angst, das lange Warten auf Untersuchungsergebnisse. Wer tut sich das an, dass ich nicht optimistisch in die Zukunft schauen kann? Dass ich nicht einstimmen kann in das Wirt schon wieder? Wer schwer krank ist, lebensbedrohlich krank erlebt, leider oft, dass sich Freunde abwenden, dass sie nicht mit aushalten können, was er oder sie aushalten muss, dass man manchmal auch gar nichts mehr tun kann, außer beten. Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Unser Psalmbeter ist sehr verzweifelt. Er gibt sich selbst die Schuld an seiner Krankheit. Ich habe an dir gesündigt. Auch das ist eine Erfahrung, die viele Kranke machen. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich nicht gesund genug gelebt? Nicht das Richtige gegessen? Nicht genug Sport getrieben? Habe ich mich zu viel Stress ausgesetzt? Bin ich nicht regelmäßig zur Vorsorge gegangen? Irgendetwas werde ich immer finden, wenn ich so frage. Ich habe an dir gesündigt, sagt unser Psalmbeter. Aber ist Gott so? Straft uns Gott durch Krankheit? Viele Menschen haben das in antiken Zeiten geglaubt. Immer wieder findet sich dieser Glaube auch in der Bibel. Allerdings widmet die Bibel dieser Frage auch ein ganzes Buch. Das ist das Buch Hiob. Hat der, der krank ist, der leidet selbst schuld daran? Hat er sich gegen Gott versündigt? So fragt dieses Buch. Hiob sitzt in der Asche. Er ist mit Geschwüren übersät und schabt sich die Haut mit einer Scherbe. Er windet sich vor Schmerzen und verflucht den Tag seiner Geburt. Aber eines sagt er nicht, dass er seine Krankheit selbst verschuldet hat, weil es nämlich einfach nicht stimmt. Und weil er weiß, dass Gott so nicht ist. Kein Bürokrat, der Sünden aufrechnet und akribisch bestraft. Keiner, der nachträgt und nachtritt. Nein, Gott ist nicht berechenbar. Was Gott mit Leiden und Krankheit zu tun hat, ob Gott etwas damit zu tun hat, können wir nicht ergründen. Wer krank ist, schwer und lebensbedrohlich krank, erlebt Gott nicht selten so unergründlich, unerforschlich, fern und dunkel. Den verborgenen Gott hat Martin Luther diese Seite Gottes genannt, den Gott, den wir nicht verstehen können. Luther rät, sich an diesem dunklen Gott nicht abzuarbeiten. Er geht uns nichts an. Wir sollen ihn meiden. Wir sollen fliehen zu der anderen Seite Gottes. Zum Glück gibt es die. Denn Gott im Gegenüber zu uns will nicht der verborgene Gott sein. Für uns hat Gott sich offenbart. Er redet zu uns durch sein Wort. Luther nennt diese Seite Gottes den offenbaren Gott. Nur er geht uns etwas an. Gott, der uns seine Gnade gezeigt hat, seine Barmherzigkeit, seine unendliche Liebe. Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. An ihn sollen wir uns wenden. Zu ihm sollen wir beten, ohne Unterlass, in Krankheit und Gesundheit, an guten und an schlechten Tagen. Gott wird uns hören und gnädig sein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Pfarrerin Susanne Fleischer aus Kusterdingen www.astronomie.ciu.ca Jung & 빼転ному 42 6 Untertitelung des ZDF, 2020